Knopf! Gesprengt! Ähm... Ah! Ich wollte schon sagen, was tun die noch? Aber okay! Wir kochen die Ozeane und zehn Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadow Broker? Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang. Um Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Schattenhof ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Also klopfen? Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen tobt ständig ein Gewitter. Schickes Schiff? Hepp! Meiner besten Aussichten im Geld. Ja, ja, ja! Wir können hier der hinteren Schilde finden. Oh, guck mal, da kann ich gar nicht noch. Okay, also auch noch... Kommen wir schon da hoch? Ah! Wartungsdrohnen! Warum greifen Sie an? Sie müssen denken, wir wären Trümmer von dem Sturm. Ich bin kein Trümmer! Könnte ich hier rein? Kann ich mich hier vor dem Sturm verstecken? Schon so, ne? Oh Gott! Leitungskomponente werfen. Wo? 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 Ach, da! Voll dran vorbeigelaufen. Schönes Wetter heute, oder? Diese Kondensatoren entladen angestaute Blitze. Danke für den Hinweis. Sie auf die Kondensatoren! Das müsste sie weich klopfen! Ach, das ist eine drunter. Okay. Oh, ich kann nachladen. Kann ich da runter? Ja. Ah! Schicke Wolfen! Aua! Wir waren gemäbt. Uäh! Puh! SPIKFULFING! wer ist hoch? Aufschlag? welcher Aufschlag? Das mache ich kaputt. Ich mag die Kondensatoren. Die sind lustig. Oh Gott. Bestes Wetter und raus, um spazieren zu gehen. Ja. Richtig gemütlich. Aha. Wo? Wo muss ich die Tür überhaupt stehen? Bauer? Man, die Hübschweiß steht vollem Weg. nicht von hier die orientierung verlor doch Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh! Er hat mich geschnürt, er hat Gott sei Dank! Oh, guck mal! Oh, er ist runter! Ja? Sieht so cool aus! Wäh! Wäh! Alter! Shepard! Warum flinnt das hier noch Eddy? Redet Eddy mit mir? Oh, ich hab da unten geguckt. Oh, hier geht's rein! Yeah! Was ist denn? Jo. Ja. Wuuu! Was schiefle ich jetzt selbst auf in einem Sturm? Kann das sein? Es ist eh die, die da ohne Hilfe ausgibt. Achso! Was? Toll! Oh, Toll, ich bin wieder draus. Und dann geht's wieder hoch. So hell. Da oben sind bestimmt Gegner. Wer? Ja. Au! Ach! Ach! Was hat die da von, ja? Ja? Komm, Leute, ich glaub. Hehehehe. Mach mal! Hehehehe. Oh, die lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Und hepp! Und hepp! Und hepp! Und hepp! Und hepp! Und hepp! Oh, der lebt ja noch! Da geht sie wieder hoch. Hoch, hoch. Oh, Gott. Au. Die Damen und die Herren. Wirklich, du wiederholst dich. Na, tu was. Tu was. Da gehört, Asari sind ja nur Frauen, also Damen und Herren. So, guten Tag. Was ist hier hin? Glaube ich. Oh, eine Steuerkonsole. Hi. Ich hoffe, die schlagen jetzt nicht nach oben. So, wiii, wegfliegen. Ich weiß nicht, ich hätte das Gefühl, ich laufe im Kreis. Wer, wo, was? Was, hä? Wo ist ein Eisen? Oh no. Oh no. Ich will nicht. Tschöngum. Geht sofort weiter. Jetzt nicht mehr. Ah, da ist ja okay. Ja. Ah! Aua. Aua. Die ist selbst getroffen. Ich muss heilen Eieiei Sorry Fazit Oh, das ist weg, das ist weg, das ist weg Oh Oh Gut, klug Ich glaube, ich muss da la Guck mal, was ich hier bin Meins Dieser Blitzableiter ist auf einer Schiene Sehen Sie einen Schalter? Nö Aha Aha Ja, ich sehe den Schalter Ja Oh, gut Okay Okay Ah Aha Okay Und ich laufe Und ich laufe Die Männer vom Broker patrouillieren sich ja gerne auf der Hülle Oh ja Wenigstens ist der Ausblick schön Ja, das stimmt wohl Aber runterfallen möchte ich da auch nicht So Ja, diese Luke führt direkt zu den Kommunikationssignalen Ist das so? Okay Und was ist hier? Ist das so? Nichts Okay Und auf der anderen Seite Na, was ist da? Ich sage und schreibe Äh Nichts Geil Wundervoll Hep Oh, will sie gehen Verschlossen Moment Ich habe ein Schandprogramm zum Umgehen, damit knacke ich das Nichts Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Shepard Ich bin noch nie in die Basis des Shadowbroker eingebrochen Nicht? Und wenn das nicht in diese Auf die Optiken, Shadisa Auf die Optiken Auf die Optiken Sind Sie sicher, dass der Schand funktioniert? Sowas ist sogar auf Illium illegal Garantie war keine drauf Aber Sie haben ihn doch getestet Da kommen noch mehr Sagen Sie mir, dass Sie ihn getestet haben Keine Zeit zum Reden Achtung, die Akkabine Achtung, die Akkabine Aua Pfff Nicht schießen Schöner Das gibt's nicht, ich trapp das Ding jetzt endlich Erledigt Kurze Pause Muss, Leben Vergelein Vergelein Aua Du Dreck sau da hinten Was? Aha Ja Pfff Power Ja? Wirklich? Da? Passt nicht. Nein! Warum soll ich? Ich würde mich fressen. Ja, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen. Daneben. Oh, Mann. Aua. Die kriege ich. Ah, komm schon. Au. Yeah, alles sind erledigt. Oh, Gott. Es wäre effektiver, wenn Sie alle gleichzeitig angreifen würden. Bitte geben Sie den Söldnern keine Flips. Ich dachte, du bist auf meiner Seite. So kann man sich täuschen. Ja, ich merke das schon. Auf der Seite sind keine, ne? Au. Steckte mich jetzt hier unten. Dara betrügt dich voll. Ich merke das schon. Oh, Mann. Es gibt noch mal Hilfe von mir, ne? Oh. 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 Die Lücke ist offen. Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Ich geh jetzt erstmal nach Munition gucken. Hast du jetzt aber leer? Hast du jetzt aber? Oh, Mann. Okay. Gute Richtung. Bin ich da rein? Das sind bestimmt noch mehr Gegner, oder? Anyway. Ah, ich geh jetzt hier. Ah, da gör's ein bisschen. Zu ehrlich, ich geh ab. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, mir passt nicht aufgefallen. Viele. Okay, die kriege ich. Ja? Okay. Sicher? Bin mir doch nicht so sicher. Okay. Ja, weiter, weiter, geh weg! Ah, Leara, ich dachte du willst nicht knuddeln. Okay. Wen kriege ich? Ah, ja, Freunde. Ah, es sind ein paar mehr Freunde. Oh gut, den kriege ich nicht. Au. So, kurze Regenerationspause. Ciao. Ja, ja. Au. Oh, kurze Pause. Und weiter geht's. No, ciao. Oh, gibt's hier unten was cooles? Hi. Was geht? Ich glaube, hier geht's weiter. Ah, okay. Sie wollen sich ja unbedingt mit mir anlegen. Ne? Geht doch nicht. Hi, du. Oh, hi, du. Oh, hi, du. Oh, hi, du. Pause. Oh, ne zuhause Tür. Kaffee ist zu. Zuhause Türen sind zu. Oh, schau, voll doof. Oh, Mädige. Oh, was ist das denn? Türen. Ah, ja. Ich glaube, ich muss da rein. Mie, mie. So. Da ist Ding. Eine Antenne. Ein C. Antenne. Hier. Da ist Ding. Da-da. Und das C ist. Da-da. Und dann haben wir noch die Batterie. Da-da. 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 Nein, eine Nase juckt. Nein. Was zum Teufel hat der Broker bloß mit Ihnen vor? Die Maschine reagiert darauf, wenn man daran herumspielt. Dieser Stuhl ist an das Info-Netzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn Sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Das ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut neue. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Einfach oder nicht, wir kommen alle hier raus. Gut. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Wissen, dass der Shadow Broker aus ihr wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Ja. 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 Die Dame. Gute Nacht. Nachladen. Da muss ich nochmal ein Rüttür. Okay. So. Wie kriegen wir den da raus? Wenn der will den Shadow Broker töten. Yeah. Den kriege ich. Meins. So, gucken wir mal durch Therien und Medigal. Das wird bestimmt ein fetter Kampf. Bis zum Z Suppose. Bis zum Z